Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene ist eine glühende Anhängerin des früheren Präsidenten Donald Trump. Sie hatte gedroht, ihren Parteikollegen und Mehrheitsführer Mike Johnson zu stürzen, nachdem dieser für eine Reihe von Kompromissen mit den Demokraten im Repräsentantenhaus gesorgt hatte, etwa bei finanzieller und militärischer Unterstützung für die Ukraine. Am Mittwoch hat nun die Kongresskammer über einen Antrag Greene's abgestimmt. Johnson aus seiner Führungsrolle zu entfernen. Das Ergebnis war eindeutig und eine Schlappe für die Antragstellerin. 359 zu 43 Stimmen. Die Demokraten schlossen sich vielen Republikanern an, um Johnson in seiner Position als Sprecher zu halten und eine Wiederholung des Chaos zu vermeiden, das im Oktober entstanden war, als die Republikaner Vorgänger Kevin McCarthy absetzten. Hoffentlich sei dies das Ende der Politik um Persönlichkeiten und Rufmordkampagnen, hoffte Johnson im Anschluss. Das alles sei sehr bedauerlich und müsse überwunden werden. Das alles sei überwunden. 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 Vielen Dank.